Wenn ich schon wieder gute Laune habe, heißt das, ich habe entweder das Tippspiel oder das Aktienspiel gewonnen. Das klären wir dann gleich. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe vom Bernecker Stammtisch. Heute quasi als Doppelfolge, denn Sie kriegen heute nicht nur den Stammtisch mit Volker Schulz, Walter Thissen und Stefan Schmidbauer. Sondern Sie kriegen obendrein auch noch die neue Ausgabe vom Bernecker Depotspiel heute hier serviert, weil wir die beiden Herren, nämlich Herrn Thissen für den Frankfurter Börsenbrief und beim Depotspiel duzen wir uns nicht, da siehst du uns. Und Herr Schulz vom Aktionärsbrief, die sind beide auch noch da. Dann machen wir heute direkt das Depotspiel in einem Aufwasch mit. Also heute quasi zwei Sachen für Sie. Doppelt hält ja bekanntlich am besten. Und wir gucken direkt, ob ich das Aktienspiel gewonnen habe oder ob es vielleicht doch das Tippspiel war. Wir sehen Volker Schulz, der Gewinner, heute hier mit Innet. Ich darf unseren Wirt dann auch bitte reinbitten, um uns das Bier zu bringen. Georg Such ist auf Platz zwei. Ich bin leider nur Dritter, aber nur Dritter zum Glück. Und wie angekündigt, Jens Bernecker, unser Chef, hat verloren und zahlt die Runde, die uns gerade Michael Domek hier serviert. Vielen Dank dafür, Herr Domek, dass Sie uns das Bier gebracht haben. Also, wir haben es gesehen. Wir trinken auf Jens Bernecker. Wie angekündigt, hat er verloren. Prost. Prost. Also, halten wir uns gar nicht lang mit Bier trinken auf und schauen mal auf den Dachs. Am Donnerstag gab es 90 Punkte, die er nachgegeben hat ungefähr. Viele reden jetzt davon, reinigendes Gewitter. Sind 90 Punkte wirklich ein reinigendes Gewitter? Nee. Ein reinigendes Gewitter wäre natürlich deutlich mehr. Wir sind ja nun seit Jahresbeginn der Spitze deutlich über 20 Prozent gestiegen. Und der Markt, der in zwei Monaten so stark steigt, der korrigiert nun einmal. Das haben wir im Moment gesehen. Wir hatten ein paar Auslöser, wie schwächere Wachstumszahlen aus China. Die spanischen Renditen ziehen auch wieder an. Das wird jetzt zum Anlass genommen, dass man erst mal Kasse macht. Aber die 200 Punkte machen den Kohl meiner Meinung nach nicht fett. Wir haben zwar jetzt eine Unterstützungslinie um 6.950 Punkte erreicht. Mal gucken, womöglich hält die sogar schon. Und ich denke, dass man jetzt doch in den nächsten Tagen wieder schöne Kaufkurse hat. Walter, kann man wirklich das Korrektur nennen? 90 Punkte nach unten. Viele sagen ja, eine Korrektur fängt bei 300, 400 Punkten an. Ich habe jetzt woanders auch gelesen, Anleger räumen ihr Depot aus. Also für mich sieht es eher aus, als wenn ein paar Anleger mal ein bisschen die Gewinne mitnehmen. Aber dass das noch lange nicht so unter den Hauptbegriff Korrektur überhaupt fallen kann. Ja, das Gute ist ja, dass viele Anleger noch gar nicht ausreichend investiert sind. Das heißt, sie haben gar nicht die Situation, dass sie groß Positionen räumen müssen. Sondern sie freuen sich, dass es jetzt endlich eine Korrektur gibt, weil sie darin eine Kaufgelegenheit sehen. Denn der generelle Oberbegriff oder das generelle Hauptthema, was wir im Moment an den Märkten haben, ist Liquidität. Wir haben überreichlich Liquidität an den Märkten. Das heißt, große Korrekturen sind im jetzigen Umfeld gar nicht zu erwarten, sofern es nicht jetzt irgendwelche Sonderfaktoren gibt. Sei es den Iran-Krieg oder dergleichen. Das heißt, wenn wir unterstellen, dass die Märkte weiterlaufen, dann wird es keine große Korrektur geben. Also mit groß meine ich, sagen wir mal, mehr als 5 bis 7 Prozent. Das ist von oben hin natürlich immer drin. Das Top lag ja so bei ungefähr 7.200 Punkte. Das heißt, wir haben schon etwas mehr als diese 90 Punkte gemacht. Jetzt so 250 Punkte ungefähr von oben, also bei den Daumen 4 Prozent. Denn das ist eigentlich für einen temporären, kurzen Rücksetzer eine gute Größe. Die wichtige Marke von 7.000 Punkten ist heute gefallen und am Neuenstag gefallen, Stefan. Ist ja eigentlich nur so eine psychologische Marke. Kann man da wichtige Marke überhaupt zu sagen oder ist das einfach völlig ohne Bedeutung? Eine wichtige Marke ist es insofern, als viele Anleger diese Marken natürlich im Kopf haben. Und wenn sogar in der Marke bricht, dann kommt erstmal so eine leichte Panik auf. Man denkt, oh Gott, jetzt kommt ein richtiger Schub nach oben. Tatsächlich relevant sind aber die charttechnischen Marken. Und Volker hat es eben schon angesprochen, 6.950 wäre so eine erste Größe, auf die wir uns jetzt zubewegt haben, die halten sollte. Meiner Meinung nach sieht es auch ganz gut aus, dass sie tatsächlich hält. Ich finde den kleinen Absturz, den wir jetzt gesehen haben, eigentlich recht positiv. Der bietet eine schöne Einstiegsgelegenheit. Diese Einstiegsgelegenheit sollten die Anleger dann auch wahrnehmen. Ich glaube, dass es in den nächsten Wochen nochmal klar nach oben gehen wird. Also es geht weiter nach oben, deiner Meinung nach. Da gucken wir nachher beim DAX-Tipp, was du dann auch raushaust. Volker, wir haben ja im vergangenen Jahr, wo es darum ging, gibt es diese Jahresendrallye, die Herbstrallye, die Jahresendrallye, Weihnachtsrallye, wurde ja immer verschoben. Und die ist ja eigentlich auch nicht gekommen, erst zu Jahresanfang. Aber da haben wir ja auch immer so gesagt, die Rallye findet in einzelnen Werten überhaupt schon statt. Nur nicht im DAX-Gesamt. Wenn man jetzt auf den DAX guckt, dann kann man da vielleicht auch sagen, die Korrektur findet auch in einzelnen Werten statt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Automobilbranche guckt, die haben ja jetzt wirklich am meisten Federn gelassen. Das stimmt, die sind im Vorfeld natürlich auch am stärksten gestiegen und lassen dann natürlich in der Korrektur auch die meisten Federn. Nun hört man natürlich vielfach jetzt das Wort Branchenrotation. Das heißt, die Autowerte werden verkauft und dafür gibt man den Titel, die vielleicht noch nicht so gelaufen sind, sprich Metro und so weiter. Ich persönlich halte davon ehrlich gesagt nicht so viel. Ich frage mich auch, wenn man natürlich einen freundlichen DAX für die nächsten Wochen weiterhin prognostiziert, wer soll denn dann diese Rallye bitte schön anführen? Wenn man sich den DAX einfach mal anschaut, wer ist denn da zurückgeblieben? Dann ist es vielleicht eine Metro, es ist eine ThyssenKrupp und es ist eine Siemens und vielleicht noch eine E.ON. Aber diese Werte reichen einfach nicht aus, um den DAX dann letztlich wirklich wieder weiter nach oben zu ziehen, über 7200 Punkte hinaus. Dazu gehört einfach, dass auch die übrigen Werte wieder Gas geben und dazu zählen dann letztlich auch die Autowerte. Die können vielleicht noch ein paar Prozentpunkte korrigieren, aber dann denke ich, muss man die auch wieder kaufen. Halt das Stichwort schon gesagt, was ich dir eigentlich an den Kopf werfen wollte, Branchenrotation. Jetzt ist natürlich die Frage, die Werte, die du genannt hast, die sind ja aber auch zu Recht hintendran, sage ich mal. Weil die haben mit den Zahlen oder mit dem Ausblick ja auch enttäuscht. Ist es jetzt doch einfach zu sagen, das sind einfach Nachzügler, ich wechsle die Branche, weil die müssen jetzt auch steigen. Weil fundamental müssen die ja auch erstmal unter Beweis stellen, dass sie ihr Geschäftsmodell ein bisschen umgekrempelt haben. Besonders bei ThyssenKrupp lief ja einiges schief. Kann man die jetzt einfach so unter dem Aspekt Nachzügler kaufen? Ja, ich denke, das ist ein bisschen zu vereinfacht, wenn man sagt, Titel, die hinterhergelaufen sind, haben jetzt eine besonders große Chance. Völlig richtig, wenn eine Aktie in so einem starken Trend. Ich meine, der DAX hat vom T-Firmen hin etwa 40% zugelegt. Wenn eine Aktie in so einem starken Trend nicht vom Fleck kommt, hat das normalerweise irgendwelche Ursachen. Weil von ThyssenKrupp, man schafft es einfach nicht, die Story griffig zu formulieren. Siemens ist ein ähnlicher Fall. Oder die Versorgeraktien. RWE ist dann noch zuletzt ganz gut gelaufen, eher und wiederum nicht. Also selbst innerhalb der Branchen gibt es Unterschiede und es kommt noch punktueller auf die einzelnen konkrete Story an. Also man kann das jetzt auch schlecht sagen. Manchmal jetzt Chemie verkaufen oder Autos verkaufen. Bei den Autos vielleicht noch eher, weil sie eben unisono eigentlich sehr gut gelaufen sind. Aber im Falle der Chemie beispielsweise, eine BASF sieht immer noch gut aus. Eine Bayer hat sich etwas festgelaufen. Also wenn man Rotation sagt, dann würde ich sagen, nicht so sehr Branchenrotation, sondern mehr Einzeltitelselektion und Rotation dann auch. Aber nicht mit dem Automatismus, dass man sagt, alles was nicht gelaufen ist, ist jetzt der Kauf und der Favorit von morgen. Das macht so keinen Sinn meines Erachtens. Das hast du so gesagt, aber wir haben eine Aktie, die hast du ausgelassen, Metro, die ist zum Beispiel aber für dich so eine Turnaround-Story, oder? Genau, hier gibt es eine konkrete Story, die noch in einem relativ frühen Stadium ist. Entsprechend auch eine erhöhte Volatilität. Die Aktie ist deutlich zurückgekommen, hat aber einen ganz starken, betonharten Boden sozusagen, bei ungefähr 27 Euro. Das heißt, das Enttäuschungspotenzial nach unten ist jetzt relativ gering. Das Überraschungspotenzial nach oben aber groß. Olaf Koch, der neue Cheflenker von Metro, muss einen Dampf machen. Ein Konzept auf den Weg bringen und dann Schritt für Schritt diese Restrukturierung dann durcharbeiten. Er hat jetzt selbst Aktien gekauft für, ich glaube, ungefähr 600.000 Euro. Das heißt, er selbst scheint an den Turnaround zu glauben. Und insofern ergibt sich hier ein recht gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Also das ist eine Aktie, die eine Einzelstory hat für sich selbst. Also es ist nicht der Automatismus, dass sie zurückgeblieben ist, dass man sie kauft, sondern sie ist zurückgeblieben und jetzt darf man nach vorne schauen. Und was ist mit dieser Aktie möglich? Und mit dieser Aktie in so einer Turnaround-Situation ist eben mehr möglich, als bei manchen anderen Aktien, die schon sehr gut gelaufen sind. Aber das ist auch eine Frage der Strategie und der generellen Vorliebe. Turnarounds sind Anlagesituationen, wo das Risiko ein bisschen höher ist. Es kann immer mal Rückschläge in einem Turnaround geben. Insofern ist die Metro zweifellos mit einem hohen Potenzial versehen. Aber der Weg wird natürlich nicht ganz einfach und kann auch den einen oder anderen Rückschlag enthalten. Also es ist eine Frage der Mentalität auch und des Anlegers. Möchte ich dieses Risiko haben oder nicht? Das muss jeder Einleger selber entscheiden. Aber die Korrektur zum Beispiel bei den Autowerten kam ja auch nicht von irgendwo her, sondern hier sind ja auch Stimmen laut geworden. In China tut sich einiges. Hier in China war jetzt die letzten Wochen, Monate ja immer der Absatzmarkt schlechthin. Hier verkaufen wir am meisten. Hier rennen sie uns die Bude ein, um Mercedes, Daimler oder VW zu kaufen. Jetzt kamen so die ersten Anzeichen. Man muss Rabatte gewähren und die Margen gehen zurück. Und es wird doch nicht so viel abgesetzt. Ist das jetzt wirklich dann besorgniserregend oder denkst du, das wird irgendwann auch wieder vom Tisch? Die Gefahr ist natürlich schon, dass sich die Anleger an so einer Geschichte dann auch festbeißen. Gerade China ist natürlich ein ganz wichtiger Markt, gerade für die Automobilhersteller. Und da muss man vorsichtig sein. Sollten sich jetzt wirklich die Anzeichen verdichten, dass dort weniger Autos abgesetzt werden können. Die Wachstumserwartungen sind recht ordentlich, die wir in den letzten Monaten aufgebaut haben. Sollte sich hier also herausstellen, dass es dort ein Dämpfer geben wird, dann werden die Aktien weiter unter Druck bleiben. Das müssen die Anleger natürlich im Auge behalten. Nichtsdestotrotz gibt es Werte wie VW, BMW, die wirklich ein starkes Fundament auch haben. Und selbst wenn es in China mal ein, zwei Prozent weniger WIP-Wachstum geben sollte, als man es erwartet hat, dann ist es nicht so, dass VW jetzt großartig in eine Krise schlettern würde. Die verkaufen ihre Autos trotzdem natürlich nicht in dem Maße, wie es vorher prognostiziert war. Dennoch kein Grund zur Panik. Es sind gute Aktien. Eine Ergänzung dazu, soviel ich weiß, wurde das mit den Rabatten auch inzwischen von einigen Autoherstellern dementiert. Und bei China muss man auch immer sehen, es ist ja gewollt. Es ist einfach gewollt. Es ist ja so, dass sie Probleme haben in der Industrieproduktion nach außen hin. Das ist das Problem. Aber die haben noch kein Konsumproblem. Und es ist einfach gewollt in China, dass man den Export ein bisschen runterfährt, aber den inländischen Konsum stärkt. Und wenn du einen inländischen Konsum stärkst, dann kann das für den Automobilabsatz in China sicherlich nicht negativ sein. Das stimmt. Aber die deutschen Autobahnen sind eh das Nonplusultra. Können wir mal kurz noch auf Aktionärsbrief TV verweisen. Da hast du auch Peugeot und VW verglichen. Und da lässt sich eins feststellen. Wenn man sich zwischen beiden entscheiden muss, kann die Wahl nur auf VW fallen. Richtig. Das ist so, ne? Aber Stichwort Nachzügler nochmal vielleicht. Wie wäre es denn mit der Solarbranche? Die haben doch einiges an Nachholpotenzial, wenn man diese Strategie verfolgt. Nein, das... Kurz gesagt, nein. Das sollte man nicht machen. Die Solarbranche steht in einer ganz eklatanten Umbruchssituation mit unkalkulierbaren Risiken. Und da wird es wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Pleite geben. Also wer hier schon rein fasst, der packt sozusagen ein Westenlässt. Das sollte man nicht tun. Solarhybrid, das jüngste Beispiel. Ja, meine Lieblingsaktie im Stammtisch. Solarhybrid. Zweimal habe ich damit ordentlich hier verloren und die Runde bezahlt. Die kann man jetzt auch nicht mehr anfassen. Die sind pleite. Aber Walter hat es schon angedeutet, es wird nicht die letzte Firma sein, oder? Nein, da werden noch weitere Firmen über die Wupper gehen. Das Problem ist halt, dass die Lagerbestände brutal hoch sind. Gerade bei den Modulherstellern auch. Die sind so hoch, dass sie die niemals werden richtig räumen können. Die Module veralten ja auch mit der Zeit und dann kommen die hohen Abschreibungen. Das geht aufs Eigenkapital und dann ist so ein Unternehmen sofort pleite. Ja. Schnell, als man gucken kann. Das ist nur noch ein Pennystock. Da können jetzt nur noch die hartgesorgten Zocker aufspringen. Stefan, nochmal eine abschließende Frage vielleicht zur Automobilbranche in Amerika. Wie sieht es hier aus? Ja, General Motors hat sich sehr gut gemacht. Bei Ford läuft es auch ganz ordentlich. Allerdings hier schon mit Abstrichen. Aber man sieht, die Amerikaner, die haben einen richtig guten Job gemacht. Vor zwei, drei Jahren, da wusste man nicht mehr, geht es wirklich weiter? Wie sieht es aus? Gibt es die Chance, dass GM sogar insolvent gegangen war? Zwischenzeitlich musste er hier über Chapter 11 anschließend gerettet werden. Das Management hat einen sehr, sehr guten Job gemacht da. Muss man sagen, Respekt, Hut ab. Ja, gut. Also, auch die amerikanischen Autobauer lassen sich sehen oder können sich sehen lassen, so heißt es ja. Jetzt kommen wir zu unserem Stresstest und wir bleiben beim Thema Automobilbranche, denn wir haben uns BMW rausgepickt. Also, BMW heute unsere Aktie im Stresstest. Eigentlich ist das Ergebnis fast schon klar, aber ich fange mal mit dir an, Volker, weil da weiß ich, wie das rauskommt. Du hast gesagt, BMW sollte man aktuell nicht so recht anfassen, eher ein bisschen abwarten, oder? Ja, richtig. Das hat zwei Gründe. Zum einen charttechnische Gründe. Wir haben aus technischer Sicht einen Doppeltop gesehen. Ich glaube, das war um 73 Euro, genau. Das konnten wir nicht überwinden. Das heißt, aus technischer Sicht haben wir jetzt erstmal einen Verkaufssignal bekommen. Auch aus fundamentaler Sicht, was ich nicht nachvollziehen kann bei BMW, ist, dass eine BMW deutlich höher bewertet ist als eine VW. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Also, es ist so, dass wir bei einer BMW zum Beispiel ein Buchwert von Faktor, Kursbuchwertverhältnis von Faktor 1,6 haben, ja. Aber die VW wird zum Buchwert gehandelt. Wir haben bei VW kein schwächeres Wachstum als bei BMW, aber wir haben einen KGV von 7 und bei BMW haben wir einen KGV von 9. Also, das sind schon deutliche Bewertungsunterschiede, die ich so irgendwo nicht nachvollziehen kann. Dazu muss man noch sagen, dass VW von allen großen Autoherstellern den besten Platz in China hat. Man hat da einen Marktanteil von deutlich über 20 Prozent inzwischen. Das hat BMW eben auch nicht. Also, ich kann den Bewertungsausschlag von BMW zu VW nicht nachvollziehen. Deshalb würde ich auch immer die VW bevorzugen. Vielleicht liegt es daran, dass BMW der einzige Automobilhersteller ist, der nicht so ein bisschen aufs Bremspedal gedrückt hat. VW hat ein bisschen bei den Aussichten gewarnt. Auch Daimler hat gesagt, wir bleiben ein bisschen vorsichtig. BMW ist direkt in die Offensive gegangen, hat gesagt, wir steigern alles. Auch im nächsten Jahr wird der Umsatz gesteigert, Gewinn wird gesteigert, alles. Walter, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du BMW kaufen oder wieder Volker VW? Ich würde im Moment beide Aktien nicht kaufen. Nicht, weil sie schlecht sind. Beide Aktien und beide Unternehmen sind sicherlich langfristig positiv und starke Unternehmen. Aber ich hänge das China-Thema schon etwas höher. Denn ich glaube, dass es nicht nur in CSU ist, sondern dass sich der Markt ein Stück weit verändert hat. Die langfristigen Aussichten sind positiv, auch in China. Der Konsum wird weiter zulegen, die Mittelschicht wächst und so weiter. Aber im letzten Jahr sind doch eine Reihe von Stimulierungsmaßnahmen für den chinesischen Automarkt ausgelaufen. Und insofern kommt diese Schwäche, die wir im Moment in China haben, im Automarkt gar nicht so von ungefähr. Also im letzten Jahr ist der Absatz ja nur um 2,5 Prozent, glaube ich, etwa gesteigert worden. In den ersten beiden Monaten war der Absatz deutlich negativ, über 6 Prozent im Minus. Das heißt, wir sprechen hier, glaube ich, über eine Normalisierung des Marktes. Und China ist nun der wichtigste Hoffnungsträger für die Automobilunternehmen. Denn in Europa und auch in den USA wird man in den nächsten Jahren keine großen Wachstumsgrößen erreichen. Man wird positiv mit dem Markt laufen, aber man wird kein großes Wachstum generieren können. Insofern ist China schon sehr, sehr wichtig. Und die Autoaktien sind auch einfach reif für eine Pause. Das heißt, im Moment müsste man beide Aktien nicht unbedingt haben. Ich denke, BMW ist sogar eine Aktie, die man kurzfristig shorten kann. So sieht es aus. Und in China gab es eine Abwrackprämie auch. Stefan, also Volker würde sie nicht kaufen, Walter würde sie sogar aktuell shorten. Was würdest du aktuell mit der Aktie machen? Kurzfristig würde ich da auch mit dem Walter konform gehen. Ist ein Short-Kandidat. Allerdings muss man auch sehen, dass die Aktie seit Jahresbeginn 30 Prozent gelaufen ist. Also deutlich stärker als der DAX beispielsweise. Insofern, kurzfristig bin ich skeptisch. Mittel- und langfristig sind die Aussichten weiterhin gut. In China würde ich meine Meinung insoweit abwandeln wollen zu dem, was der Walter hier eben gesagt hat. Ich glaube, dass die deutschen Automobile in China ein Statussymbol darstellen. Das heißt, für den Massenmarkt würde ich sagen, da können wir vielleicht eine Abschwächung erwarten. Aber für BMW und eben auch für die Premium-Modelle von VW sieht die Welt ganz anders aus. Das ist eine ganz andere Klientel. Da kommt es nicht darauf an, ob sie 10.000 Euro noch vom Staat oben draufgelegt bekommen, wenn sie ein Auto kaufen. Sondern die möchten einfach sich ihren BMW in die Garage stellen und zeigen, hier, ich habe Geld. Ich gehöre zu den oberen, weiß ich nicht, 50.000, 100.000. Ich glaube, das ist hier eine andere Situation. Insofern denke ich, dass die deutschen Automobilhersteller in China weiterhin recht gut abschneiden werden. The rest and the best. Ja, das ist die Strategie, die wir nochmal erläutert haben bei Aktionärsbrief.tv. Heißt, starke Marken, meine Damen und Herren, werden auch weiterhin stark laufen. Also, die deutschen Autobauer bleiben natürlich in der Weltspitze, sind das Nonplusultra. Aber aktuell würden wir BMW oder ihr würdet BMW nicht so sehr empfehlen. Eher mal kurz short gehen. Aber langfristig gesehen ist BMW auf jeden Fall wieder ein Kandidat fürs Depot. Gehen wir damit d'accord? Gut. So, haben wir also unsere Meinung dazu abgegeben. Unten sehen Sie die Bauchbinde. Wenn wir auch eine Aktie von Ihnen hier besprechen sollen, die Sie im Depot haben, wo Sie nicht wissen, was soll ich damit machen. E-Mail an redaktion.bernecker.tv. Da schreiben Sie einfach den Namen der Aktie rein und dann suchen wir uns da einmal eine aus und besprechen die hier im Stammtisch. Gleich gibt es noch das Depot-Spiel. Vorher gibt es aber noch die Aktien, die wir selber in die neue Runde stellen. Und dann gucken wir mal, wer in zwei Wochen wieder die Runde bezahlen muss. Also, wir kommen jetzt zu den neuen Aktien vom Aktien-Spiel. Und damit sind wir auch schon fast beim Depot-Spiel angekommen. Denn beide Aktien, die Herr Thissen und Herr Schulz hier gleich vorstellen werden, die nehmen Sie auch beim Bernecker-Depot-Spiel in Ihr Depot auf. Also hier schon mal aufpassen, das sind auch Aktien, die ins Depot kommen. Die sollen nicht nur hier in der von zwei Wochen gut performen, sondern die kommen auch beim Depot-Spiel zum Zug. Deswegen fangen wir aber trotzdem mit Herrn Schmidt-Bauer an, der mit der hier nicht so untergebuttert wird. Indy-Tags, bitte schön. Spanischer Modekonzern, ein sehr interessantes Investment meiner Meinung nach. Wir haben gerade heute Zahlen wieder präsentiert. Umsatz 10% gesteigert, der Netto-Gewinn sogar um 12% gesteigert. Die machen so einiges richtig. Und vor allem haben sie der Konkurrenz eines voraus. Die Wandelzeit, also das heißt, wie lange liegt eine Kollektion in den Läden, wann kommt die nächste, ist hier deutlich kürzer als bei den Wettbewerbern, weil man nicht nur in Asien produziert, wo die Verschiffungszeiten ja wesentlich länger sind, bis die Mode dann nach Europa kommt, sondern man produziert auch in Portugal in Spanien, hat natürlich einen wesentlich schnelleren Draht dann auch zu den Produzenten. Kann sagen, wir brauchen die Geschichte bitte in einem Monat oder wir brauchen sie in zwei Wochen. Kann also die Mode schnell in die Läden bringen und das ist natürlich für die Kunden eine interessante Geschichte. Man ist topmodisch dabei, wenn es neue Trends zu bestaunen gibt, geht man einfach in die Läden, Sarah & Co., kauft dort ein. Ja, und da fühlt man sich wohl. Und ich denke, die Aktionäre, die fühlen sich ja auch wohl bei der Aktie. Die ist hervorragend gelaufen in den letzten Monaten. Sieht alles danach aus, als ob wir demnächst noch als Allzeithoch sehen. Also rundum gelungenes Investment, denke ich, kann man einsteigen. Gut. Das ist auch Sarah hier, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ach, Sarah gehört auch dazu. Ja, gut, hervorragend. Dann machen wir noch schnell meine Aktie, bevor wir dann noch ein bisschen zum Depotspiel überleiten können. Ich nehme Marco, amerikanischer Hersteller, an der Nerstack gelistet von künstlichen Gelenken. Und zwar, Volker, alles, was bei dir lahmt, kannst du da neu holen. Knie, Hüfte und Schulter gibt es da alles neu. Wir haben hervorragende Zahlen gebracht, haben auch ein neues Allzeithoch schon generiert. Und deswegen denke ich, dass der Trend weitergeht. Die Zahlen waren wirklich hervorragend. Überall Wachstumsraten von über 80 bis 90 Prozent, egal ob Umsatz oder Gewinn. Also da brummt es. Die machen zwar noch ein bisschen miese, aber sind oft... Egal ob Umsatz oder Gewinn, aber die machen noch ein paar miese, ne? Insgesamt ist ja gut. Man muss das so ein bisschen skeptisch. Aber die Aktie läuft und in zwei Wochen, gucken wir mal, ich denke, die wird auch in zwei Wochen ganz weit vorne liegen. So, kommen wir zum Depotspiel. Fangen wir mal an bei dir. Mit meinem Wert? Ja, soll ich dir mal vorstellen? Stell dir doch mal vor. Also mein Wert, das ist ein Unternehmen, was optische Inspektionssysteme für die Qualitätssicherung herstellt. Ja, dass man beliefert hauptsächlich die Elektronikindustrie, ist europäischer Marktführer in diesem Bereich. Man hat den Umsatz in den letzten drei Jahren verdoppelt. Man hat 2011 den Umsatz um 33 Prozent steigern können auf 53 Millionen Euro. Beim EBIT hat man sogar ein Plus von 69 Prozent erwirtschaftet Richtung 12 Millionen Euro. Das heißt, die haben eine EBIT-Marge von 22 Prozent. Die haben 2011er KGV von 8,4, was auch für diese Wachstumsraten ja sehr günstig ist. Aber es kommt noch besser. Die haben nämlich 25 Millionen Euro Netto Cash in der Kasse liegen. Die haben übrigens eine Eigenkapitalquote von 87 Prozent. Das heißt, keine Bankschulden. Dieser Barmittelbestand, das sind 2,90 Euro je Aktie. Ich hoffe, der Zuschauer, der kann das alles sich merken. Er kann es sich ja auch öfter anschauen. Also 2,90 Euro je Aktie, da liegen die Netto-Barmittel. Wenn man das abzieht, dann liegt das Cash-bereinigte KGV bei 5,3. Und am 27.03., da kommen die Zahlen. Auch noch. Die endgültigen Zahlen, die werden sehr gut. Und ich rechne sogar damit, dass noch eine Dividende obendrauf kommt, Richtung 35 Cent, was dann auch noch die Dividendenrendite von 4,375 Prozent ist. Das ist jetzt aber nicht so viel. Und ich denke, die Aktie, die wird laufen. Ja, das hat man überhaupt nicht an deinem Vortrag gemerkt. Ich habe zu dem Verdacht der Folge erst da schon beteiligt. Ja, ich bin Mehrheitsaktionär. Wenn das nicht eine Aktie wäre, hätte ich jetzt gedacht, du hältst ein Plädoyer für die Bundeskanzlerin oder so. Voll inbrünstig hat er hier die Aktie erklärt. Viscom, also der Name, das ist eine Aktie, die in zwei Wochen hier sehr gut performen soll. Aber auch das Depotspiel weiter voranbringen soll. Jetzt kommen wir zum Konkurrenten. Jetzt kommen wir zu Walter Thyssen. Und der hält dagegen. Und zwar mit, auf dem Grabstein steht immer RIP, ne? Ja, aber mit P, ne? Ja, aber fast so ähnlich, ne? Hier haben wir es mit B geschrieben, RIP Software. Das ist die Aktie, die hier natürlich den Aktionärsbrief in Schach halten soll. Genau, RIP Software ist ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Nicht so sehr, was die jüngsten Zahlen angeht. Man ist im Umsatz nur leicht vorangekommen. Aber man hat eine bärenstarke Bilanz. Man hat eine Eigenkapitalquote auch, ähnlich wie Viscom, ungefähr von 88 Prozent. Die operative Marge ist allerdings deutlich höher als bei Viscom. Also die EBIT Marge liegt bei ungefähr 33, 34 Prozent. Das heißt, ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Man ist Spezialist für ERP Software im Bereich Bau. Man hat einen Hoffnungsträger aktuell mit der BEM Software, wo man sich für dieses Jahr den Durchbruch erhofft. Man ist sehr forschungsstark mit einem Anteil von Forschungs- und Entwicklungskosten am Umsatz von über 30 Prozent. Das heißt, ein Unternehmen, was eigentlich sehr, sehr stark da ist. Man ist erst gelistet seit Februar letzten Jahres. Hat sich auch zuerst sehr schlecht entwickelt. Die Aktie wurde gelistet zu 9,25 Euro. Ist dann runter auf zwischen 4 und 5. Hat dort aber einen Boden gebildet. Und ist nun definitiv reif für eine starke Gegenbewegung. Und darauf können wir setzen. Darauf können wir setzen. Jawohl, meine Herren und meine Damen. Also Sie sehen schon, das ist hier schon kein normaler Stammtisch mehr. Das ist schon ein Aktienplädoyer. Weil ich werde Ihnen auch erklären gleich, warum. Wenn wir nämlich zum Depotspiel kommen, dann werden Sie feststellen, wie eng es mittlerweile geworden ist. Der Aktionärsbrief hat ganz schön aufgeholt. Und deswegen, die letzte Woche wird die Entscheidung bringen, es ist hier ein hauchdünnes Rennen mittlerweile. Man weiß noch nicht, wer nächste Woche hier als Sieger aus dem Rennen geht. Und deswegen natürlich haben beide, wie man hier hört, unheimliche Perlen ausgegraben, die in der nächsten Woche natürlich performen sollen. Bevor wir aber auf die Depots gucken, kommen wir noch kurz vorher zu unserem Tippspiel. Und das Tippspiel ist der Grund, warum ich so gute Laune habe. Denn, Herr Volker hat es vorhin auch schon gesehen, bis auf 4 Punkte genau habe ich herangetippt. Hier sehen wir es. DAX hat am Donnerstag geöffnet mit 7.053 Punkten. Ist danach abgerauscht. Aber wir nehmen ja zum Glück den Eröffnungskurs. Oben ist das falsche Datum drin. Habe ich vergessen einzutragen. Mein Fehler, also das ist das Datum von Donnerstag, gestern. Ich habe getippt 7.057 Punkte. Und damit kann ich das Fässchen Bier nach Hause nehmen. Volker war auch ganz dicht dran. Bis kurz vor meinem Tipp hast du noch gedacht, du hättest gewonnen, ne? Ja, habe ich echt gedacht. Aber jetzt bist du der dümmste Bauer, der die dicksten Kartoffeln erntet. Ja, gut. Vielleicht könnte auch der dickste Bauer sein, der die dümmsten Kartoffeln erntet. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Machen wir schnell den Tipp rund, dann können wir zum Depotspiel kommen. Stefan, zwei Wochen? Ja. Ja. 7.380. 7.380. Der Bulle sitzt heute auf der linken Seite. Von mir aus gesehen. Von Ihrer Seite rechts. Volker, Bulle oder Bär? Ja, auch Bulle. 7.200. 7.200. Weiter. 7.200 ist schon eine gute Marke. Ich bin auch eher Bullisch. Geh ein bisschen unter den Volker. 7.1.83. 7.1.83? Soll ich dir? Der Jens hatte letzte Woche 6.500 oder so. Ne, ich nehme auch über 7.000. Ich nehme 7.274. Das also die Tipps. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können mittippen. Sie können uns schlagen. Sie können 5 Liter Bier gewinnen. Das alles ist möglich, wenn Sie uns Ihren DAX-Tipp bis kommendem Mittwoch, 28.3. an die eben eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Und zwar ist das die gleiche wie beim Stresstest. Redaktion at bernecker.tv An alle, die in den vergangenen Wochen gewonnen haben. Das Bierchen geht die Woche noch raus. Also Herr Bannhofer und Herr Müller, keine Sorge. Wir haben sie noch auf der Rechnung. Ich brauche nur manchmal ein bisschen länger dafür. Aber das Bier geht auf jeden Fall noch raus. Ich bin drüber, es zu verschicken oder auszutrinken. Verschicken. Also wir machen das verschicken. Das also unser Tipp heute. Normalerweise wären wir jetzt am Ende. Aber jetzt, wie gesagt, kommen wir noch zu unserem Depot-Spiel. Und wir schauen jetzt mal. Ich habe es ja eben schon angekündigt. Mittlerweile ist es hauchdünn. Hier sehen wir es. 9,21,09 zu 19,89 Prozent. Der Aktionärsbrief hat aufgeholt, weil der Frankfurter Börsenbrief ein bisschen nachgelassen hat weiter. So muss man es ein bisschen sagen. Man kann es nicht anders so sehen. Der DAX-Call ist deutlich zurückgekommen, damit das Depot auch ein bisschen. Genau, aber das war trotzdem ein sehr gutes Investment. Das war ja ein recht spekulatives Derivat. Zeitweise lagen wir, glaube ich, 90 Prozent oder so was im Gewinn. 28 Prozent ist dann der Schlussstand gewesen oder so ungefähr. Und das ist auch ein gutes Ergebnis. Klar, etwas unterhalb des Tops, aber immer noch ein Wert, mit dem man sehr zufrieden sein kann eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja auch nicht mit Minus ausgestoppt worden. Fast 30 Prozent im Plus. Kann sich immer noch hören lassen. Ihr seid bei Apple ausgestoppt worden. Und das kann sich noch ein bisschen mehr hören lassen mit einem Plus von über 180 Prozent. Das kann sich natürlich auch sehen lassen. Gucken wir mal kurz auf die Übersicht vom Aktionärsbrief. Was alles, da haben wir das Depot zum einen. Da sehen wir das noch. Hier haben Brands, TJX, Dialog, Semiconductor und Adver Optical drin. Das ist gar kein Schein, aber da kommt gleich wieder einer rein. Der Apple-Schein ist raus. Gucken wir vielleicht dann auch mal eben, was der Aktionärsbrief alles verkauft hat, beziehungsweise ausgestoppt worden ist. Der Minilong auf Apple ist raus. Vopack ist auch raus. Der Minilong hat 180 Prozent gemacht. Vopack hat 12,45 Prozent. Das ist fast popelig, der Vopack dagegen. Aber, Volker, ihr setzt wieder auf Apple. Und zwar kommt wieder ein Schein auf Apple rein. Und diesmal denkst du also, Apple rennt wieder weiter jetzt. Ich gehe einfach darauf, wir setzen einfach auf eine Trendfortsetzung. Es ist so, dass das neue iPad ja auch sehr, sehr gut ankommt. Ich glaube, du hast es heute gesagt. Wie viel haben die verkauft? Drei Millionen Stück. Drei Millionen Stück innerhalb von vier Tagen. Innerhalb von vier Tagen. Das ist ja sensationell. Und die Aktie, die neigt ja auch einfach nicht zur Schwäche. Ich meine, die Märkte korrigieren im Moment, aber die korrigiert kein bisschen. Das ist schon ein weiteres Zeichen von relativer Stärke. Und da wir davon ausgehen, dass die Märkte auch wieder drehen, denke ich, wird auch Apple seinen Trend weiter fortsetzen. Wir haben ein Stop-By-Limit gesetzt, weil wir auch sicher gehen wollen, dass sie ein neues Allzeithoch generiert. Knapp über 610 Dollar. Und dann sind wir wieder mit von der Partie. Stefan hat ja zwar gesagt, dass sie drei Millionen Stück verkauft haben. Dann hat der Stefan ja aber auch gesagt, dass er unter der Woche gesagt hat, es ziehen so leicht düstere Wolken bei Apple auf. Das Spiel dauert doch nur noch eine Woche. Ich glaube, die Woche, die wir stehen, sind noch. Ja, ich weiß nicht. Stefan, wie siehst du es? Hättest du nochmal einen Apple Call gekauft? Also ich glaube, dass sich da in der nächsten Woche nach oben hin nichts tun wird. Aber nach unten braucht er jetzt auch nichts zu befürchten. Ich denke, das wird eine schöne Seitwärts-Tendenz geben jetzt. Ja, dann kann ich doch gut leben. Ja, Walter, da kannst du mit leben. Hier sehen wir, was ihr verkauft habt oder was ausgestoppt worden ist. Der Wave Call, über den haben wir schon gesprochen. Kaffee Short ist auch raus mit einem leichten Plus. OC Earlycon im Minus. Das also die Verkäufe, die ihr getätigt habt. Jetzt muss ich mir mal gucken. Ich kann nicht alles im Kopf behalten. Wir kommen zu euren Neukäufen. Über RIP Software haben wir schon gesprochen. Der nächste Wert, der natürlich den Aktionärsbrief in Schach halten soll, ist Data-Modul. Was versprecht ihr euch von dem Wert? Ja, Data-Modul ist auch ganz spannend. Zum einen, weil man Spezialist für Display-Technik ist, was ja grundsätzlich ein trendiges Thema ist. Displays werden ja inzwischen in ganz, ganz vielen Anwendungen eingesetzt. Sei es im Industriebereich, im Medizintechnik, sei es im Infotainment-Bereich, Übersichtstafel und so weiter. Aber ganz konkreter, guter Aufhänger sind die Zahlen vom Data-Modul, die exzellent waren. Man hat sich im Umsatz verbessert um etwa 18 Prozent. Man hat den Jahresüberschuss ungefähr verdoppelt. Beim Gewinn je Aktie hat man sich sogar mehr als verdoppelt auf 2,16 Euro. Und das dürfte jetzt dazu führen, dass in den kommenden Wochen doch eine ganze Reihe von Analysten ihre Taschenröchner zücken werden und die Gewinnschätzung nach oben schrauben werden, denn die Gewinnschätzung ist zu niedrig. Wahrscheinlich wird sie für dieses Jahr eher landen im Bereich von 2,30 Euro bis 2,40 Euro. Das heißt, wir haben hier bei dieser Aktie ein KGV von ungefähr 7. Und das ist sehr attraktiv. Die Aktie zeigt auch charttechnische Stärke. Und hier ist auch noch mehr drin entsprechend. Und rein wollt ihr bei 15,51 Euro. Da habt ihr erst das Stop-and-buy-Limit gesetzt. Volker, du hast aber wieder keine Limits oder irgendwas gesetzt. Du gehst direkt rein in die Aktie. Und zwar die nächste, die natürlich jetzt noch zum Aufholen anregen soll oder das Depot nach vorne bringen soll. SHW. Was machen die? Weiß das gar nicht. Doch, ich weiß es. Ich habe ja der Aktionärsbericht vorgeguckt. Das ist gut, genau. SHW ist ein Automobilzulieferer. Gar nicht mal so klein. Die wenigsten werden den kennen. Ist auch noch nicht lange am Markt. Kennst du nicht? Kennst du nicht? Solltest du kennen. Die machen einen Umsatz von knapp 400 Millionen Euro. Ist das nicht eines der ältesten Unternehmen Deutschlands? Ja, die sind schon seit 1750, bauen die schon Motoren. Ja, verrückt. Ruhig, jetzt kommt wieder so ein Plädoyer für eine Perle. All in Ruhe. Nein, das ist ein deutscher Automobilzulieferer. Der Fokus liegt darauf, Verbrennungsmotoren spritsparender zu machen. Da hat man eine bestimmte Technologie entwickelt. Die Auftragslage ist richtig gut. Was mir bei SHW besonders gefällt, ist eben das stramme Wachstum. Die sind in den letzten zwei Jahren jeweils um 25 Prozent per anno gewachsen. Man lief da im Grunde genommen auch mit. Leoni hat das ja auch geschafft, Continental auch. Aber aufgrund der Auftragslage werden wir dieses Wachstum vermutlich 2012 auch weitersehen. Ich weiß nicht, ob das bei Leoni auch der Fall sein wird. Und der große Unterschied zu den anderen Automobilzulieferern ist die Bewertung. SHW hat einen KGV von 7. Da geht man noch ein bisschen d'accord mit den anderen. Ist ein bisschen günstiger. Aber die Bilanz ist deutlich besser als bei Leoni und Continental. Gerade Continental hat ja noch relativ hohe Finanzverbindlichkeiten. Und SHW wird nächstes Jahr 2013 netto schuldenfrei sein. Und deshalb halte ich diese Bewertung für viel, viel zu niedrig. Und auch hier kommen am 27., wie bei Wiskon komischerweise, auch die endgültigen Zahlen. Und auch hier verspreche ich mir einen sehr positiven Ausblick und deutlich anziehende Kurse. Ja, dann kann man wieder sagen, Volker hört die Signale. Wenn da was passiert. Zitat übrigens aus der Aktionärsbrief.tv. Diese Aktie ist, Achtung, Anführungszeichen oben, unten, oben, brutalst unterbewertet. Ich zitiere nur aus. Möchte ich nur mal jetzt so sagen. Dagegen, SHW soll in den Schatten gestellt werden vom alten Doktor. Nicht Dr. Vielmann oder Dr. Siegmann, sondern der Dr. Höhle. Das ist komisch, der Frankfurter Börsenbrief mit Data, Modul und Dr. Höhle und RIP Software, das sind doch alles AK-Titel. Wo habt ihr die denn her? Nein, 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 also. Hi, jetzt wird hier aber gestichelt. Nein, 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 nein. Im Stamm zu starten war das, in der normalen Sendung wäre das nicht so. Volker, ihr seid noch hinten, ihr seid noch hinten. Er muss ja psychologische Tricks weiter. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe auch einen Rechtschreibfehler gemacht. Ich habe den alten Dr. Höhle mit H geschrieben, der wird ohne H geschrieben. Aber du darfst sagen, was du von der Aktie erwartest. Gleich kommt die Übersicht dann nochmal. Ja, die Aktie ist interessant. Ich meine, man ist Spezialist für UV-Technologie. Das ist grundsätzlich eine interessante Technologie. Mit UV-Technik kann man ja Oberflächen beispielsweise entkeimen. oder auch Vergussmassen, Klebstoffe schneller trocknen oder besser trocknen. Das ist also für sich alleine schon interessant. Interessant auf ganz kurze Sicht ist vor allem die Chart-Technik. Denn die Aktie hat sich ja einen ersten Schub geleistet, hat dann etwas konsolidiert und ist jetzt dabei, den Ausbruch nach oben nochmal zu probieren. Übrigens ist diese Stärke auch insofern bemerkenswert, dass man jetzt zuletzt eigentlich eher schwache Zahlen vorgelegt hat. Man ist zwar beim Umsatz leicht vorangekommen, aber es gab doch deutliche Kratzspuren in der Ergebnisrechnung aufgrund der Insolvenz von M.A.N. Roland. Wichtiger Kunde für Dr. Höhnem. Aber trotzdem zeigt die Aktie Stärke, das deutet an, dass hier noch mehr drin ist. Das Unternehmen ist auch bilanziell sehr, sehr stark aufgestellt. Man hat eine Eigenkapitalquote von ungefähr drei Viertel. Ungefähr ein Viertel der Bilanzsumme auf der Aktivseite sind flüssige Mittel. Das heißt auch von der Warte aus ein guter Wert, wo man diese Chart-Technik-Stärke durchaus nutzen kann. Das ist ein spezielles Unternehmen, kleines Unternehmen. Datamodul ja auch. Datamodul hat ein Market Cap von ungefähr 51 Millionen. Dr. Höhnle liegt ein bisschen höher, aber ungefähr 68 Millionen. Das heißt, hier kann richtig Musik in den Kurs kommen, wenn da mal Nachfrage reinkommt. Vielleicht noch ein Kraftwort an die Konkurrenz? Ich möchte mich nur so unlautig mitdrücken. Das verbietet die Würde des Frankfurter Börsenbriefs. Das ist auch gut zu beantworten. Wenn Sie das Depot-Spiel auch regelmäßig verfolgen, muss man ja sagen, wenn es nach den Etappensiegen geht, sprich wer in den Sendungen immer weiter vorne lag, dann hat der Frankfurter Börsenbrief schon ganz klar die Nase vorne. Aber jetzt ist natürlich alles passé, wie bei der Tour de France. Letztendlich zählt nur, wer Gesamtsieger wird und da als erstes durch Ziel geht. Wir sind gespannt. Ein Kopf an Kopf rennen. Wir schauen noch mal auf die Übersichtstafeln, was beide Herren gemacht haben. Wir fangen an mit dem, sagen wir mal Verfolger, mit dem Aktionärsbrief. Der hat drei Positionen jetzt nochmal ausgegeben. Zum einen einen neuen Turbo Bowl von Apple. Dann hat der Viscom, kommt morgen früh ins Depot, also am Freitag früh. Und SHW. Das also die Transaktionen, die der Aktionärsbrief vornimmt, um hier noch das Ziel zu erreichen als erster. Der Frankfurter Börsenbrief hält ebenfalls mit vier Positionen dagegen. Der Turbo-Put auf dem Bund Future ist da nicht aufgegangen. Da haben wir in der vergangenen Sendung schon drüber gesprochen. Sofort ins Depot kommt die Aktie von RIP Software. Da habe ich es dann auch falsch geschrieben. Mit dem P, was du eben angesprochen hast. Ja, da ist ein kleiner Dovi und die Grafik. Dann Data-Modul bei Stop-By-Limit 15,51. Und Dr. Höhnle, die auch ohne H geschrieben wird. Ich muss morgen mal mit unserem Lektor reden. Der muss ja auch mal über die Grafiken von mir lesen. Und der soll bei 12,61 ins Depot gelangen. Das also die Aktionen, die beim Depotspiel vorgenommen werden. Die letzte Woche ist hiermit eingeläutet. Kommendem Montag gibt es dann die Siegerehrung. Und wir können auch schon ein bisschen vorausblicken. Denn ab Oktober geht dann die nächste Runde vom Depotspiel los. Und da haben wir schon einen Kandidaten hier sitzen. Der Herr Schmidbauer wird mit dem Frankfurter Tagesdienst antreten. Das traut sich aber keiner. Das hat sich noch kein Konkurrent gefunden. Ja, wir finden schon noch einen. Wenn Sie einen Vorschlag haben, wer gegen Herrn Schmidbauer antreten soll, einfach redaktion.bernecker.tv. Schicken Sie uns. Wer Interesse hat, gegen Herrn Schmidbauer anzutreten, kann das auch machen. Wir suchen noch. Aber wir werden schon einen finden. Da gibt es das nächste Duell. Da geht das Bernecker-Depotspiel in die zweite Runde. Aber erstmal müssen wir dieses zu Ende bringen. Das ist am kommenden Montag. Da werden wir den Sieger küren und gucken, wie die Aktien, die wir Ihnen gerade gesagt haben, eingeschlagen sind. Das war der Bernecker-Stammtisch. Das war das Bernecker-Depotspiel. Heute also quasi zwei in eins. Das war heute quasi buy one, get one free. Ist ja immer sehr beliebt. Sie haben den Stammtisch und das Depotspiel obendrein bekommen. Ich darf mich jetzt verabschieden. Wir trinken hier noch ein leckeres Gulaschbräu jetzt im alten Bahnhof in Oberkassel. Da kriegen wir das Bierchen nämlich immer schön hergeliefert. Danke dafür. Und danke natürlich auch, dass Sie dabei waren bei dieser Doppelfolge. Bis in zwei Wochen. Prost. clear voice. Doppel tus, schistig. Doppel tus, schistig. Doppel нав Scar Fest. Doppel. Untertitelung des ZDF, 2020